Guten Morgen Deutschland! Die Regierung hat uns vor ein paar Wochen gesagt, Leute, es wird alles gut. Wir haben alles im Kopf. Mit uns gelingt es. Wartet es ab. Es wird alles besser werden. Die Regierung hat auch gesagt, wir kümmern uns um die Wirtschaft. Und vor allem hat sie euch, liebe Wähler, da draußen gesagt, Leute, wir werden euch gute Arbeit überzeugen. Und die Beispiele für die gute Arbeit, die sind ja nicht nur, dass sie die 400.000 angekündigten Wohnungen pro Jahr um Länge nicht schaffen. Nein, auch bei der Wirtschaft ist die Aussicht Spitzenklasse. Die Autobauer vermelden gestern Umsatzeinbußen, Auftragsrückgänge, insbesondere bei der Elektromobilität. Die Elektroautos will kaum noch einer kaufen in Deutschland. Da gibt es massive Verluste, 20 Prozent bisher. Man geht sogar von 30 bis 50 Prozent Auftragseinbußen aus. Es läuft in der deutschen Wirtschaft, liebe ARD und ZDF-Zuschauer. Und auch was die Wärmepumpen angeht, es ist ein Träumchen, liebe Leute. Planwirtschaftlich, monopolistisch nach vorne getrieben, wundert man sich natürlich darüber, dass die Preise exorbitant für die Wärmepumpen gestiegen sind. Na ja, könnte man darüber nachdenken, aber deswegen will sie keiner mehr kaufen. Schlimm, die Leute wollen keine Wärmepumpen mehr. Ja, warum nicht? Das tut teuer. Ja, ich meine, wie sollen die Leute das denn noch bezahlen? Und jetzt kommen dann noch die Versprechungen obendrauf. Liebe Leute, Afrika muss demnächst hungern, weil die Russen gestern den Getreide-Deal haben platzen lassen. Und dann, liebe ARD und ZDF-Zuschauer, geht ihr einfach mal ins Internet auf die Seite von Statista. Das ist eine ganz interessante Seite. Und dann schaut doch mal, wo das Getreide der Ukraine im letzten Jahr hingegangen ist aus diesem Getreide-Deal. Und dann stellt ihr fest, so ein kleiner Teil ist nach Libyen gegangen. Und so ein kleiner Teil ist nach Ägypten gegangen. Und der Rest ist nach Europa, nach China und nach Indien gegangen. Und dann frage ich mich natürlich heute Morgen, wie Frau Baerbock auf die Idee kommt, dass Afrika aufgrund der Aufkündigung des Getreideabkommens der Russen demnächst hungern muss, wenn doch so gut wie gar kein Getreide aus der Ukraine nach Afrika gegangen ist. Aber das ist auch nicht schlimm, weil die Futures beim Getreide gleich mal nach oben gegangen sind. Und das wiederum heißt, liebe ARD und ZDF-Zuschauer, Afrika wird hungern? Nein, aber Deutschland wird demnächst wieder höhere Preise zahlen, liebe Leute. Das ist die gute Arbeit der Bundesregierung. Das ist die gute Arbeit, wie man die Wirtschaft in Deutschland wieder stärkt. Zeitgleich bringt man den Green Deal richtig ans Laufen, sodass natürlich die Nutzflächen für die Bauern weiter eingeschränkt werden hier in Deutschland, wo eh schon nachhaltig richtig gut produziert wird. Ganz anders wie im Rest der Welt. Da weiß man ja nicht mal, was im Boden reingejagt wird, was dann anschließend da rauswächst. Aber hey, natürlich, die gute Landwirtschaft in Deutschland, die muss man dann auch noch weiter unter Feuer nehmen. Alles ist wirklich super. Liebe ARD und ZDF-Zuschauer, alles wird gut. Denn die deutsche Bundesregierung, der Olaf, hat euch ja gesagt, hey, ihr werdet euch unsere gute Arbeit überzeugen, liebe Leute. Und damit das auch so weitergeht, legt man jetzt schon das beste Spitzenpersonal für den nächsten Schritt vor. Wie zum Beispiel die Partei Die Linke, die hat dann für den Europawahlkampf gestern erstmal die oberste Seenotretterin der Welt, Carola Rackete, unter anderem auch Mitglied der Weltuntergangssekte Extension Rebellion, für den Europawahlkampf als Spitzenkandidatin aufgestellt. Liebe Leute, wir haben jetzt schon das beste Personal aller Zeiten. Aber sie planen richtig super vor, damit der ARD und ZDF-Zuschauer auch die nächsten Jahre noch richtig viel Spaß hat.